Bernie und Erz Heute einkaufen Ich glaub's nicht Oder hier, das Fernglas, schau mal Sag mal Bernie, wie bescheuert bist du eigentlich, das ist doch kein Fernglas Boah, hat die geile Titten, ich werd ganz rattig So ein Schwachsinn Oder hier, dieses nützliche Ding hier Okay, okay, ich hab schon verstanden Das ist also mein Dildo, den du mir aus der Stadt mitbringen wolltest Den probier ich gleich mal aus Nein, Erz Das ist doch kein Dildo, das hier ist der Dildo Du hast den Tauchsieder Schieß raus, Bernie, schieß raus Na ja, willst du doch jetzt keine Memorien mehr?